Hallo ihr Lieben, heute darf ich euch in unseren wunderschönen Weingarten im Schlingelberg willkommen heißen. Wir haben uns gedacht, wir verlegen das Ganze heute mal nach draußen und wir sind letzte Woche von unseren Freunden im südstädtischen Tourismusbüro angerufen worden oder gefragt worden, ob wir ein bisschen über das Magazin hier reden und ich habe mir das durchgelesen und da sind ein paar wirklich tolle Tipps drinnen und ich würde es jedem empfehlen sich das einfach zu holen. Schaut vorbei in Lammitz im Tourismusbüro, da liegen diese Magazine auf und die könnt ihr euch jederzeit holen oder ein Abonnement machen, einfach bei der Homepage vorbeischauen und sich reinklicken. Aber was wäre so ein wunderschöner Tag wie heute ohne den perfekten Wein? Und ich habe mir hierher was mitgebracht, mir und Theo, aber ich glaube er wird sich keinen Wein mit mir teilen. Und zwar unseren Masarosa. Unser Masarosa ist ein ganz traubengeprester Zweigelt, also ganz einfach gemachter Rosé, der an so schöne frühsommerliche Tage wie heute sehr gut reinpasst. Das Bouquet ist wirklich sehr traumhaft, sehr sommerlich. Es gibt ganz viele rote Bärentöne, also rote Erdbeeren, Walderdbeeren, teilweise Himbeeren. Einfach im Stahltank gereift und das hat die ganze Gerbstoffstruktur sehr straight und clean gehalten. Ich schenke mir jetzt einfach mal ein Glas ein und werde es jetzt noch ein wenig genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Start in die Woche und uns allen einen wunderschönen Frühling. Hoffentlich bis bald und trinkt weiter Masarosa at home. Prost!